Hallo, hallo, hallo. Hier wieder ein neuer Sportvlog. Nach dem letzten Boxtraining mache ich heute mal wieder was anderes. Muss mal wieder sein. Und was das ist, das erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Ich laufe mich jetzt gerade nur ein bisschen warm, weil ich nämlich heute wieder die Sport-App von Rosario Battaglia benutzen möchte und meine Übungen abarbeiten will. Es dauert jetzt noch so hier fünf Minuten. Dann bin ich warm gelaufen und dann kann ich wieder meine Übungen machen. Also geht's gleich los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, alle Übungen geschafft. Ganz schön anstrengend. Alle Übungen geschafft. Rosario Battaglia's App. Abgehakt. Check. In 35 Minuten insgesamt. Auch gut. Check. Und noch mit diesem Blümchen hier, das die ganze Zeit im Bild war, die Welt bestäubt. Check. Oh, hier ist noch ein Blümchen. Noch ein bisschen bestäubt. Cheerio, Miss Sophie.